So, das war's fürs Erste. Ich habe einen Campton gesehen, genau. Soll ich mich mit den Rocks anlegen? Ja, komm. Oh, Römerocks dabei. Die können uns natürlich erreichen. Und dann müssen wir eigentlich engagen. Obwohl, ich könnte ihn retten damit. Da ist mal warten. Ha! Donnervögel für den Arsch. Dann lassen wir die erst mal die Attacke abkriegen. Und zack. Wäre besser das Bogen schießen. Yay. Hier unten dann gleich auch mal die Rocks angreifen. Wie gesagt, wir sparen uns jetzt einfach mal die Kohle. Ja, bis dahin. Und das da noch. Hm. Ich komme ausgerechnet nicht dran. Scheiße. Oh. Boah, so lief das auch ganz okay. Verbesserte Feuermagie oder Bildung. Ne. Verbesserte Feuermagie. Meisterhafte. Ne. Einfache Führung. Ja damit. Haben wir das schon? Schon gelernt Bogen schießen. Genau. So. Hier gibt's Gold. 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 Hier können wir's eigentlich jetzt einfach mal ruhen lassen. Bis wir die entsprechende Kohle haben. Äh, der ist schon reingeritten, der Penner. Gold. 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 Vielleicht, wenn ich nicht in Reichweite bin, ich muss mir merken, die Einheiten ungefähr hierhin zu stellen. Kommt der Gegner eigentlich auch nicht dran. Shit. Ja, nur ne mal ne böse Schaden. Okay, okay. 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 Das war ein guter Kampf. Meisterhafter Schmied, Meisterhafter Offensive, Meisterhafter Bogenschießen. Yes. Musste ich hier Edelsteinchen. Dann kann der wieder hierher. Das ist der Truppennachlieferer. Das hier, da oben wollte ich hier nehmen. Und hier hole ich mir. Ja, hole ich mir erst das da. Blöd, dass ich immer noch nicht in den Eilezauber habe. Booyah. Und das gehört mir. Ich würde sie gerne eben rekrutieren von mir aus. Da kannst du nichts bauen. Klasse. Gute Magier. Magier, aber dann kannst du mal ein paar neue Zauber lernen. Noch nichts Besonderes. Kann aber eh nicht weiter weg. Also warten wir hier mal. Ähm. Schon drei fehlt mir jetzt Schwefel. Ah, dann kriegen wir auch noch bloß Zauberkraft. Warten eine Runde, bis wir das mit dem Schwefel haben. Ah, da oben vielleicht noch was. Glück. Dann machen wir die Rocks weg. Geben noch gute Erfahrungspunkte. Ich muss einfach schauen, dass ich den Head jetzt ein klein wenig schnellstens gelevet bekomme. Einfache Erste Hilfe. Ja. Machen wir das. Verteidigung. Und jetzt wird Dinox. Wunderbar. Verbesserte Heilung. Tausende Erfahrungspunkte. Weitere Rocks. Ach du Scheiße, das war eine Rockschwemme. Schwemme, hab ich das Gefühl. So eine richtige Plage. Was hier über die Karte ausgebreitet hatte. Verbessertes Schießen oder Glück. Hm. Neh mal Glück. Glück ist immer gut. Zumindest für diejenigen, die es haben. Ähm. Neh mal. Lassen wir den unten. Einheiten nachkaufen. So. Hier kann ich jetzt noch Einheiten kaufen. Tu ich das? Ja, warum nicht? Jetzt kann ich sogar noch hier hingehen und auf gebaute Kloster wollen kommen. Ich muss auch mal die fertigen Kreaturen hier haben. Ich muss rekordieren. Keine da. Hellwind einnehmen oder Rocksblatt machen. Dann mach ich jetzt mal Rocksblatt. Ach, ich hab's nicht mit den Viechern, hab's Gefühl. Ich bin mir auf. Mach ich jetzt mal. Okay. Ich bin mal Komfort. Ok. Geh's. Ja. Haha. Na, bitte. Ich bin mal. 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 Es ist mir mal. Es ist mir mal. Ich bin mal. Vor allen Dingen, ich habe ihn schon auf Level 11, das ist schon traurig. Dann holen wir uns mal die Burg. Dann ist die unser. So, ziehen wir unsere Einheiten nach oben. Dann holen wir uns mal. Okay, wunderbar. Dann haben wir jetzt die Feste auch schon eingenommen. Aber ich glaube, ich werde nochmal zurückgehen mit dem Elfen. Hat so ja wenig Sinn. Ich bin mir froh, ich bin mir froh, ich bin mir froh. gottes sie lohten vor dem intelligenz zauberpunkte unbedingt ein bisschen scoutet mit ihm neue woche wunderbar bitte des seers hier aus viele zerberi und die platz so jetzt das stehen wieder einsammeln gold die da unten und der darf auch mal wieder raus aus dem haus ich glaube hier ist es nicht sonderlich schwer die gesamte map sogar zu kontrollieren da haben wir den gegnerischen reden leider noch etwas unbekannt was er denn für truppen bei sich trägt da habe ich einen fehler gemacht und die dinge upgradet und ich kann immer noch kein portal des rufs bauen weil mir ein behindertes schwefe fehlt komm kauf mal ein 2000 dann traden wir es ein jetzt gibt es engel und hier unten würden uns dasselbe ebenfalls nur fehlen zehn schweche Das war's. Wunderbar, jetzt werden die Dingern wenigstens auch mal ein paar Enge gezüchtet, damit wir daher was haben gegen die Rudel an Erzkreaturen. Oh, das da unten wurde mir weggenommen. Oh, 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 oh. Na gut, wir haben ja noch ein Held entstehen. So problematisch ist das nicht. Oh, 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 oh. Ab zurück.